Ja, servus Leute, ich bin jetzt mal wieder, euer JB und willkommen zu einem kleinen Informationsvideo und zwar möchte ich heute mal vor allem nochmal den Gewinner vom Dual Commentary preisgeben und zwar hat der liebe Arsid Acid Zocker, oder wie man auch immer das aussprechen möchte, gewonnen ich habe mich schon mit ihm in Verbindung gesetzt und ja, es wird noch ein bisschen dauern, da er aktuell krank ist und ich gerade wegen viel um die Ohren habe aber da wird auf jeden Fall ein Dual Commentary stattfinden und das Positive daran ist, er hat ja bis jetzt noch keine Commentaries gemacht, aber hat sich überlegt, welche zu machen also ist das schon mal gut und ich wollte euch gleich nochmal fragen, wie es bei euch denn aussieht, was ihr von weiteren Gewinnspielen haltet also im Sinne von, gewinnt ein Dual Commentary, was ihr davon haltet, schreibt es in die Kommentare und ja, das war es eigentlich schon wieder, im Hintergrund seht ihr so einen kleinen Clip, wo ich hier auf dem Server bin, wo noch drei Leute sind und mein Team hat versucht ihn immer zu holen, aber er hat es irgendwie nicht geschafft, glaube ich fast zwei Minuten oder eineinhalb Minuten gebraucht ich fand es irgendwie witzig und ja, nochmal Glückwunsch an dich, dass du gewonnen hast also es gab ja am Ende dann einige, die dann die richtige Lösung hatten aber ich habe ja in die Kommentare geschrieben, bzw. in die Beschreibung geschrieben, der zuerst das Kommentar schreibt, hat gewonnen und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn ich öfter sowas mache und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chibi und ich freue mich auf jeden Fall Vielen Dank.